hallo liebe freunde herz willkommen zu einer neuen folge fifa 21 tfp pokal mit zwei brücken hier bei finitzok wir sind runde drei joha es geht gegen köln auf profi stufe und ich hatte die befürchtung dass wir gleich ziemlich abkacken ja ich versuche hier einfach irgendwie ein tor zu schießen schon zweiter aufnahmeversuch beim letzten mal ist es kurz nach der pause abgestürzt hier abgekracht das spiel da stand es 0 1 da lagen wir hinten ich will das nicht noch mal hier erleben müssen ich meine mittlerweile auch zu wissen wie ich die kölner ein bisschen zumindest aus der verlegenheit bringen in die verlegenheit bringen kann wenn ich denn keine solchen grandiosen fehlpässe spielen würde und keine dummfalt so wie hier das ist nämlich ein schöner freistoß den kein mensch braucht ja so zum beispiel der unter umständen auch gefährlich wird heiland sakra was war das denn jetzt für ein ding man ja völlig frei aber auch warum ist denn da kein verteidiger lol ok soviel zum thema ich möchte überhaupt ein tor schießen ja dann halt 1 zu 5 oder wie ach come on das war ein rückpass nach hinten da ging aber in deutlich nach vorne controller verarschen nicht lol wie lang ist denn der steilpass sonst sind sie immer zu kurz jetzt ist er zu lang komm 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 nix da nein 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 so brauchen wir nicht anfangen sehr schön umspielt gut passt perfekt das passt schon hier nicht mehr so perfekt zu befürchten habe dass wir gleich abgelaufen werden hier flanke rein keine sau da natürlich wen wer hätte es gedacht wenn ich mal einen brauche niemand in der nähe ja hinten sind wieder offen wie ein scheuen tor nehme ich an ja sicher gleich doppelt auch geil der kommt ja an ecke es läuft mir direkt na gut da haben wir wenigstens lange zeit zum hinterherlaufen aber e oh man so was muss man aber auch mal treffen völlig frei zum kopf vollkommen dann kommt sowas dabei raus das kann ich dann wieder lieben ich sag's euch ja wird das heute noch was die morgen freundlichen grüßen so macht mal langsam hin ja das war klar habe ich den völlig übersehen abseits 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 der versuch herrgott da flankt man und dann kommt sowas dabei raus ja ne 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 jach ich spiele desaströs sicher das über alle kanone なんです englisch gespielt, gebe ich zu, bin ich ehrlich. Und wenn ich gespielt habe, dann das 19er. Und da ist dann die Abwehrhilfe noch besser. Ja, weiß, der pfeift halt jeden Scheißdreck. Hab das dann bald. Ja, das war mir klar, der läuft rüber. Ja, der schießt flach, oder wie? Ja, ganz sicher nicht. Den Trick habe ich schon von ein paar Kumpels hier auf die Nase bekommen. Computer macht das mir sicherlich hier nicht. Ja, abseits, vergiss es. Sei doch. Das war glasklares, abseits. Da gibt es keine Diskussion. So. Das hier aber nicht. Ecke, Ecke, Ecke. Jawohl. Ecke kommt schön rein. Oh je, Mini. Also wenn dat alles ist. Flanke rein. Oh. Beide und breit keiner da. Bleibt dran, Kollege. Bleibt dran. Die laufen hier rum wie die Statisten. Ja, ja. Genau das habe ich befürchtet. Oh lol. Was war das denn für eine Gymnastikübung? Weg, weg, weg. Oh, Glück gehört. Alter. Jetzt wirst du schon hinten abgegrätscht. So, nehmen wir aber auch, Freunde. Geh. Und keine Experimente jetzt. Trocken. So wie sonst auch. Oh. Das kann nicht leiden. Ich meine, das ist in Ordnung. Wir haben Zeit. Wir liegen nur 0,1 hinten. Ist jetzt noch kein Weltuntergang? Noch nicht. Wenn wir jetzt aber so Mist machen, wird es irgendwann ein Weltuntergang. Weil vor allem kann mich der liebe Herr Batz auch nicht hier retten. Oh, krass. Da ist auch noch was angekommen. Lol. Ich habe da in die Mitte nach hinten gespielt. Und zwar kurz. Alter, FIFA. Manchmal kannst du... Ja, Pause. Aber ganz dringend. Was ein Scheiß. Was ein Scheiß. Boah. Wollte gerade schon sagen, wenn meine Aufnahme jetzt nicht läuft, bin ich auch gerannt. Ich war kurz, äh... Aufnahmesymbol weg war. Aber er ist wieder da. So. So. Gollai. Auf Maurice Deville. Deville! Jawohl! 1-1-Ausgleich. Sauber. 50. Minute direkt nach der Pause. Einwandfrei. Eikolai. Eikolai. Oder? Hast du Eikolai? Oder war das der Reporter, der so hieß? Hüeeh. Hilfe. Aber sehr schön. Jo. Hätte man aber auch halten können, Kollege. Maurice Deville. Ach, Gollai war der Vorlagengeber. Sorry. Denkfehler. War nur, weil der mir gerade mit seiner Rückennummer da in der Kamera rumgehüpft ist beim Torjubel. Habe ich sogar mal ausnahmsweise was zustande gebracht hier. Toll! So, jetzt mal den Ball hergeben. Ne. Also dann nochmal. Jetzt aber den Ball hergeben. Und direkt ausschwärmen. Und der nächste Stellpass auf Sebastian Jakob. Stopp. Ja. Oh. Ich wollte schon sagen, jawohl. Aber das war aber auch schön rausgespielt. Gebe ich jetzt mal zu. Ecke Jänicke. Kopfball wird nix. Dann halt nochmal. Ne. Das gibt einen schönen Einwurf. Habe jetzt auch nix dagegen. Kann ich schon Flanke auspacken? Nö. Dann machen wir nochmal Ecke. Aber wir können mal wechseln. Ja. Fröse für Gollai. Ach. Gibt gar keine Ecke. Lol. Schweine. Gehen wir doch direkt mal früh drauf. Nö. Gehen wir nicht. Mangel uns entsprechender Spielkontrolle. Aber die kloppen uns aus. Ja. Dann nehmen wir den. Dann nehmen wir den. Sehr schön. Lassen Sie sich auch noch ausspielen. Das habe ich noch lieber tatsächlich. Tatsächlich. Ach. Kurz die Türken. Kein Abseits. Kein Abseits. Ach. Ach. Oh. Elfmeter. Jetzt ernsthaft. Ja. Ist okay. Von mir aus. Boah. Latte. Weg 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 weg. Danke. Passt. Ach. Wenn ich den Steilpass jetzt bekommen hätte nach unten auf die Wien. Mein lieber Mann dann. Hinsitz aber ein Kölner Hälfte geraucht. So braucht es bei mir. Oh. Glück gehabt. Ach. Wilde Phase. So. Lassen wir hier hinten irgendwie rauskommen. Versuchen zumindest. Ohne Ballverlust halbwegs. Halbwegs. Ich will das Ziel ja mal nicht hier zu hoch stecken gleich. Na. Der Ballverlust jetzt ist kostbar. Ich spiele ja nämlich gerade der Vogel wild. Und das endet bekanntlich nicht gut. Zumachen. 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 Oh. Patz. Sehr gut. So. Erstmal raus wollte ich noch sagen. Erstmal raus. Jo. Doch erstmal ein Stückchen weiter raus. Oh. Der hatte schon gelb. Nein. Nein. Patz. Dusel. Dusel. Oh. Ecke. 77. So. Clemens kommt für Linios. Das ist mir persönlich ziemlich wuppe. Oh. Klasse. Auf der will. Der kommt auch noch halbwegs. Oh. Der kommt sogar ganz an. Nicht nur halb. Ich hab doch schon längst abgespielt. Was machst du denn scheiß FIFA ey. Muss das denn sein. Kreuz unnötiger Ballverlust. Völlig unnötig. Hätt's auch eigentlich gar nicht gegeben. Ja. Dann spielt ein halt uns aus. Meine Güte. Müssen die dauernd hier. Einwürfe riskieren. Scheiß Dreck. Ja. Weißte. Verarschen kann ich auch selber. Nee. Ich setz nicht wahr. So ein Scheiß Dreck. Ich weiß schon warum ich kein FIFA 21 mehr gespielt hab. In genau solchen Sachen. Trikot ziehen. Hallo. Boah ey. Wo spielt der denn schon wieder raus hier. Einen so komischen Systembild da von mir hier. am Bildschirm dran. Das muss ich ausschalten. Sag mal. Hackt sie ihn jetzt auch noch oder was? Ja. Ja Freunde. Der ist jetzt nicht wahr. Jo. Einwand frei. Zweite Minute danach. Spielzeit. Sebastian Jakob. Boah. Heiland. Sakra. In letzter Sekunde die Verlängerung gezittert. Boah. Hey. Also das war jetzt aber. Es wäre ein kurzes Let's Play geworden mit zwei Folgen. In letzter Sekunde. Okay. Verlängerung. Verlängerung im Ludwigspark. Ich wollte gerade sagen. Es muss doch weitergehen. Nicht hier. Schluss sein. So. Dann wollen wir doch mal. Ja. Na 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 na. Nee. Nix da. Hier. Direkt mir den Ball abgrätschen. Hallo. Breite da. Lass mich mal schön laufen. Ich sagte. Lass mich mal schön laufen. Nicht. Lass mich mal schön mich selbst abgrätschen. Oh. Geblockt. Mist. Der war ein bisschen glücklich gewesen. Wenn ich ehrlich bin. Okay. Das war allerdings eine Vorlage für Köln. Und das war ein guter Ballgewinn. Und das war es. 3-2. Das ist es. 3-2. 96. Minute. Jawoll. Geil. Spiel gedreht. Yes. Mäntler eingewechselt. Perfekt. Ja. Ich habe auch noch mal da hin. Ich hätte auch noch mal quer spielen können. Der war nicht mal abseits. Aber. Ich habe gedacht. Lieber halte ich mal direkt drauf. Aber auch der war nicht unhandbar. Ja. Timo Horn. Markus Mäntl. 3-2. Saarbrücken. Huch. Auf einmal liegt Köln hinten. Hach. Wie ist das nur passiert. So. Das heißt für mich jetzt aber auch. Wir gehen drauf mit Mann und Maus. Weil. Ball aus der eigenen Hälfte irgendwie raushalten. Versuchen. Na. Ga. Ja. So nicht. Und raus damit. Und. Äh. Den würde ich schon ganz. Gerne. Da halten. Darf ich nicht. Gut. Noch recht. Aha. Abseits. Höhö. Loll. Köln muss man sagen. Geht es aber auch noch mal aggressiver drauf. Als in der ersten Hälfte. Ähm. Könnte da ran liegen. Weil die natürlich auch nicht verlieren wollen. Der Computer ja auch nicht blöd ist. So. Halbzeit. Sehr schön. Ich hätte zwar gerne Konter gelaufen. Aber dann machen wir halt Halbzeit. Das war es 1.08. Ja. Das war ja aber auch glatter Welt. Spiele. Volley. War aber auch gut gespielt. Sagen wir es mal so. Ach sehr schön. Ich habe Andersson rausgenommen. Oh. Nicht gut. Sie haben Modest reingenommen. Modest. Modest. Anthony Modest. 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 Anthony. Da gab es auch noch so ein komisches. Bescheuertes Kanalziel war das glaube ich. Ach. Wäre jetzt nochmal in die Mitte gekommen. Jetzt wahrscheinlich nochmal geklingelt. So klingelt es bei mir da hinten. Wenn ich mal aufpasse hier. So einfach nur Ball weg. Einfach nur Ball weg. Per Detail. Ja. Für mir ist es auch ein Konter. Wenn auch nicht besonders erfolgreich. Ja. Egal. Aber es ist ein Konter. Aber es ist gut. Weil es Zeit von Donut nimmt. Ja. Konter ist es eh. Egal ob ich das jetzt viel gut oder schlecht deklariere. Ach. Menno. Oh. Batz. Sehr schön. Geblockt. Batz. Raus damit. Der macht seinen Namen manchmal echt alle Ehre. Muss man schon mal klar sagen. So einfach nur Ball raus. Einfach Ball raus. Das ist ein reines Geholze hier. Och nö. Batz. 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 Geil. Ja. Batz. Weg. Ja. 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 Boah. Daniel Batz. Heiliger Bimbam. War das jetzt eine Doppelparade? Hoho. Das will ich mir nochmal angucken. Wenn das nicht aufgenommen ist. Hier. Fehlschuss. Boah. Hier. Ah ne. Doch nicht. Ach. Das ist gar nicht mehr drauf. Ach. Schade. Aber das war jetzt eine geile Partie. Das war jetzt richtig geil. So. Ach. Weiter. Nicht spielen neu starten. Lol. So fangen wir nicht an. Spiele werden ja nicht neu gestartet. Hei. Ja. Mal gucken. Gegen wen es als nächstes geht. Aber das werden wir dann sehen. Ich sag nämlich. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.